Und hallo liebe Panzerfreunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play World of Tanks Blitz. Wir gehen gleich ins nächste Gefecht. Oder besser gesagt suchen ein Zufallsgefecht hier. Und da sind wir auch schon in einem drin. Mal sehen, ob wir genauso gut sind wie im Training. Und wie ich privat. Okay, gleich geht's los. Kriegen wir los! Wir werden sie besiegen. Ich habe meinem Panzer nochmal übrigens Pegasus getauft. Sehr gut. So, durch die Panzerung. Wir haben sie voll erwischt. Der ging voll durch ihre Panzerung. Ha. Ja, wir sind gut. Ja, so geht's. Und, 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 und. Ja. Einer weniger. Der ging glatt durch. Ja, wer ist hier der King, ne? Wir haben fast... Ja! Gewonnen! Sieg auf der ganzen Linie! Okay, ihr seht, es ist ja eigentlich ganz einfach hier. Wir haben zwei Tage Premium und kriegen deswegen doppelte Belohnungen. Und, das waren die Ergebnisse. Okay, ähm, Verbesserungen. Modul-Anzeigen. Forschung. Und bestätigen. Kaufen Sie sich einen Panzer für Ihre Gerade. Bravo! Yeah! Zum Panzer. Ihr gesamter Fuhrpark wird von einer vereinten Besatzung gesteuert. Okay. Je höher das Besatzungskönnen, desto leistungsfähiger ist das Fahrzeug. So wie wir gerade eben in unserem Pegasus in Action gesehen haben. Die Besatzung kann Fertigkeiten erlernen, sobald sie 100% Können erreicht hat. Füllen Sie die Besatzung in der Regimentsschule aus. Okay. Ja, natürlich. Also, wir gehen ins nächste Gefecht rüber. Kupferfeld. Oha. Leute, es wird ernst und härter. Oha. Gefecht beginnen in 3, 2, 1. Auf geht's. Wir gehen gleich in die Vogelperspektive. Oha. Ähm, ja. Okay. Okay. Wir sind ja da. Ups Ähm, gucken wir mal Okay Natürlich Jetzt sind wir natürlich nicht mehr der Action Los, los, fahr, fahr, fahr Oha Und Ähm, fahren wir Ja, wir fahren Ein bisschen jedenfalls Aber sieht aus, als hätten wir schon gewonnen Ja, das ist einer von uns Okay, gut Steuern habe ich noch So meine Brubbeldäme Aber das kriegen wir hin Das kriegen wir hin Das hier sind jetzt keine Anfänger mehr So Wir gehen nicht durch Rüferung nicht durchschlagen Okay Und er ist tot Also Tod Besiegt also Der andere versteckt sich da Okay Wir fahren weiter Hier tobt ein hartes Gefecht Ähm Nein Wir haben sie nicht mal angekratzt Wir haben sie nicht getroffen Okay Nur noch ein Gegner ist übrig Allerdings hat es auch einen von uns erwischt Ähm, ja Wie gesagt Ich bin ja irgendwie noch am Anfang meiner Laufbahn Basiseroberung Basiseroberung Wir drunter in die Action Da wie Na gut Na, geht's denn mal Voran hier Okay Ja, wie es aussieht Versuchen wir jetzt die Katze im Sack zu finden Hallo, ich würde auch gerne mal Schüsse abgeben Ich würde auch gerne mal Schüsse abgeben Mensch Tja, wie es aussieht Mensch, ich habe sie diese Steuerung Aha, so geht es Naja, egal Der Gegner ist eh tot Und das Gefecht gewonnen Ich bin immer beim Siegerteam mit dabei Also gut Das ist schon genial Sehr gut Personalteam Okay Gut Gehen wir wieder zu den Gefechtsergebnissen Ja, eine andere Nation brauche ich euch unbedingt Nehmen wir halt mal Russland Okay 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 Na, kaufen wir mal Und wieder haben wir einen Panzer Grundausbildung abgeschlossen Sehr gut Okay 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 Zwei Gefechte gewinnen Okay Okay Aha Okay Das ist nicht schlecht Okay Nicht schlecht Nicht schlecht Ja, das wird vielleicht später mal relevant Okay 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 Facebook Ich werde später mal Game Center Puppe ich nicht Okay Okay Einiges ist jetzt mehr freigeschalten Allgemeiner Kanal Ähm, okay Ja, aber das brauche ich nicht unbedingt Und Neuigkeiten Feldbericht der Community Aha Oho Ah, Events also, okay Was jetzt schon wieder Okay Gut, okay Da weiß ich aber scheit Wer passt Ja, 100% Siege bisher Wir wählen lieber den Panzer hier Können wir jetzt eigentlich die Map wählen Oder Zufallsgefecht immer noch Natürlich Denn wir wollen heute noch was erleben, ne Also, so viele Gegnerfahrzeuge wie möglich zu stören Das ist dann das Ziel, Leute Kupferfeldbegegnungsgefecht Meine Damen und Herren Ladies and Gentlemen Have you found with a gun? Have you found with a tank? Wie dem auch sei Und da beginnt unser Panzergefecht Doch unsere Panzer rücken mutig raus Ihr Ziel, die Vernichtung Die absolute Vernichtung Wird es Ihnen gelingen Die Feinde zu vernichten? Dies erfahren wir im jetzigen Gefecht Oha Dort sind unsere Feinde Doch die Feinde sollten es nicht zu weit treiben Denn Hier Denn unser Team Unser Ausgewähltes ist gefährlich Und das Gefecht geht schon los Flori MTV übt sich noch mit der Panzersteuerung Aber das ist ja nichts Neues Eine unserer Ketten wurde getroffen Wir haben eine Kette zur Schirr beschädigt Natürlich Shit Ich werde hier gerade getroffen Ähm Kette reparieren Hallo Und Natürlich nicht Daida Daida Okay Ich werde hier noch mit der Panzersteuerung Natürlich Entspielt Wir fahren jetzt einfach mal hier hoch Wenn wir können. Aber das können wir anscheinend nicht. Ich glaube, wir haben schon wieder ein bisschen... Ja, Gefecht beendet. Sorry, wegen der Fails jederzeit, aber... Ihr wisst ja, ich bin relativ neu in dem Game. Aber gut. Wieder ein Sieg. Äh, ah, deswegen konnten wir nicht reparieren. Danke auch. Da. Und da. Okay, sehr gut. Hm, ich habe jetzt gerade keine Zeit zu chatten. Tut mir leid. Für mich ist es an der Zeit, ins nächste Gefecht zu gehen. Okay. Ja, unseren Panzer weiterzuentwickeln würde er uns voranbringen. Und wir haben es erforscht. Und gekauft. Okay, dann gehen wir mal auf ins Gefecht. Zufallsgefecht. Zufallsgefecht. Bestimmt wieder im Kupferfeld. Nein, Minen. Oh. Endlich mal ein neues Feld. Das wird spannend und actionreich, liebe Zuschauer. Die Minen. Begegnungsgefecht. Und. Zwei. Eins. Null. Trägen wir los. Ups. Ähm, ja. Unser Panzer, weil es dir einiges bleibt. Mal sehen, wie es so wird. Es ist ein wunderschöner Tag. Mensch. Hallo, weg. Und wir sind auf dem Weg. Um uns in einer großen Schlacht zu drehen. Habe ich den Baum umgeschossen? Wir haben sie voll erwischt. Wir haben sie voll erwischt. Ja, haben wir. Kette beschädigt. Kette verloren. Wir sind bewegungslos fähig. Ab und praller. Der Schäger. Ab und praller. Kette wurde getroffen. Verdammt. Ich kann jeden Moment reißen. Wir haben den... Schei... Shit. Wir haben sie verstört. Mann. Jetzt können wir nur noch das Gefecht beobachten. Der steht. Shit. Oh je. Oh je. Hey. Da ist er. weil er nicht vorher auch da... Naja, gut. Oh je. Die Gegner führen. Oh, dann hat er was anderes. Ja, wir können nicht so viel dieses Gefecht tun. Es sieht ganz nah an der Niederlage aus. Leider. Was? Nein, nur noch er ist übrig. Doch er wird auch bald vernichtet werden. Aber gut. Nach diesem Gefecht werde ich wohl die Folge beenden. Weil wir nehmen sicherlich schon sehr lange auf. Oh ja, das nehmen wir. Ja, die Panzer kommen näher und das war's. Die erste Niederlage in diesem Spiel. Nein! Wir sind verloren. Und das war's. Aber ihr seht, es gibt natürlich auch Niederlagen. Aber Erfolg freigeschaltet. Scherps-Booster. Aber wir werden uns rächen. Für diese Niederlage. Irgendwie jedenfalls. Also dann, Leute. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Denn es hat viel Spaß gemacht. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr neulich seid, dann abonniert mich doch. Und vergesst nicht, sind die Daumen nach oben, dann wird man erschloben. Bis dann. Und ciao.